Hallo, ich bin die Magdalena. Ich arbeite beim Klimabündnis Niederösterreich als Workshop-Referentin. Ich habe euch heute ein Buch für den Monat Oktober mitgebracht. Das Buch heißt Superherne Hanna und ist von Felix Mitterer. Geeignet ist es für Kinder ab acht Jahren. In dem Buch geht es um die Superherne Hanna, die 99 Jahre alt ist, lesen, schreiben und sprechen kann und auch sehr gut fliegen kann. Als sie eines Tages über die Welt fliegt, sieht sie eine Legebatterie und beschließt sofort, ihren Schwestern zu helfen. Nach einem großen Abenteuer kann sie ihre Schwestern befreien und so alles zum Guten wenden. Die Kinder können hier sehr viel über die Legebatterie-Haltung erfahren, aber auch über Gerechtigkeit und wie wichtig es ist, mit ihren respektvoll umzugehen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Lesen und mit der Superherne Hanna.